selbes leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es weiter mit ghost of nishima und zwar im letzten video das tue ich euch rechts oben mal verlinken hatten wir den großen krieg und da kommen wir jetzt gerade zurück und müssen jetzt mit fürst sakai reden jetzt stehe ich hier ich weiß noch gar nicht wo ich richtig hin muss so da würde ich sagen gehen wir jetzt da wird es mir schon angezeigt den dank euch haben wir eine armee um eine burg zurück zu erobern ich sagte doch juna schafft das ich veranlasse bereits ihre belohnung die verstärkung des shoguns wird bald hier sein doch vorher müssen wir ein neues problem lösen meine späher haben ein befehl des khans abgefangen er war adressiert an rio so seine söldner sind bereit uns anzugreifen wisst ihr wo rio so ist nicht weit vor koyazan ihr müsst ihm nicht selbst entgegentreten er war mein freund ich kümmere mich um ihn tut was ihr müsst unsere truppen sind kampfbereit wenn ihr zurückkehrt juna möchte vielleicht mitkommen soll das heißt muss jetzt rüber zu juna weil vielleicht möchte ja dass sie mitkommen das wäre hilfreich du verlässt uns dein onkel hält sein wort unser boot liegt bei sonnenaufgang ab ich brauche noch einmal deine hilfe versteckt sich in vor koyazan ich kann nicht bitte verstehe ich habe mich mein leben lang dafür geplagt ging hungrig zu bett riskierte kopf und kragen um geld zu haben für ein neues leben auf dem festland ich kann nicht aufgeben ich weiß das doch auch hilf mir gegen rio so und ich bringe dich zum chef ich will nur wir brauchen nur ein neues leben ich halte dich nicht auf danke juna für alles ich hoffe du findest frieden mein herr hört auf eure schwester tucker sie kümmert sich um euch lebt wohl für sakai ich kann das allein im schatten der nacht okay das heißt ich bin auf mich alleine gestellt dann machen wir das halt alleine in dem fall wo ich da und hier kann ich doch nichts mitnehmen ich habe gedacht kann was mitnehmen dann nehme ich gerade mal mein pferd ich werde dich kriegen und dann mache ich das halt alleine in dem fall schön geworden schön gewesen wenn juna hilft aber in dem fall machen wir das halt alleine so das heißt wir müssen jetzt demnächst da sein da straßen doch da vor mir ist das ja schon ein nest voller verräter ein nest voller verräter ich muss das vorausspähen das heißt ich muss an einen hohen punkt wo ich dann drauf schauen kann beziehungsweise reinschauen kann dass ich bis in den überblick bekommen da habe ich ja schon mein ziel ok da gehe ich hier nirgends hoch da gehe ich hier außer rum und dann werde ich hier jawohl jetzt habe ich hier eine schöne aussicht wunderbar mongolen als wären strohhüte nicht schlimm genug wenn juna nicht mit euch geht dann muss ich es darauf seid ihr nicht vorbereitet in yarikawa sagtet ihr wenn wir zusammen stehen können wir unsere heimat retten ich stehe hinter dem geist ihr kämpft nicht gegen mongolen wenn euch was passiert lasst mich sie wenigstens ablenken und einige fortlocken das erhöht eure chancen na gut wenn sie euch folgen reitet so schnell ihr könnt ins lager zurück ich enttäusche euch nicht los ich werde jetzt zuschlagen ok das ist ja schon mal schön dass er hilft aha er tut jetzt gerade ablenken dann muss ich hier jetzt ganz schnell außer rum weil dann bin ich ja jetzt noch gefragt ich muss ich komm glaub hier nirgends durch ich muss durch den haupteingang da rennen schon die andere sehr gut so und jetzt guck ich mal was noch für mich übergeblieben ist klein feuerpfeil was ist da los zack du äh zack du brenn schon mal das ist schon mal gut sind ja jetzt hier alle gegangen oder zack so der ist schon mal tot hä wo ach so da ist noch einer da drüber kommt auch noch mal oh da kommen ja noch mehr die hat man grad gar nicht gesehen nein 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 naja das ist wieder wunderbar komm brenn so der brennt schon mal zack und immer wenn er brennt gleich gucke dass du nachschlagen kannst das gebe ich noch als tipp wenn der jetzt blockt muss ich erst den Bogenschütze machen weil der blockt zu viel ah ne ich hab ihn jetzt zack zack ja komm ah ne der geht eh immer noch nicht naja jetzt jetzt muss ich wo ist der Bogenschütze der muss doch da noch irgendwo ober sein aber der andere blockt wieder wie die Sau zack zack aber jeden Schlag blockt er wieder ab ach Junge du kommst ja eh nicht durch zack zack jetzt bist du tot das ganze spiele immer hin und her oh ich jetzt muss ich mich rollen so jetzt bist du der nächste komm jetzt her zack und tot bist du Junge so oh hier sind nochmal ein paar schöne du brennst du brennst schon mal ah das war daneben zack du brennst du brennst auch die kommen dann wenigstens ein bisschen vom Leben weg der ist jetzt ganz gestorben aber in den meisten Fällen sterben die nicht ganz sondern da bleibt ein kleines Leben über aber jetzt nehme ich erstmal dich zack oje jetzt sind zwei wieder mit so Kanonen da muss man ein wenig aufpassen ah ein Bild wollte ich nicht so jetzt ist die Frage wie ich jetzt als nächstes vorgehe zack eine Bombe den kann ich dich nehmen oh der ist schonmal tot zack nochmal eine Bombe der ist jetzt auch tot der ist tot ach so funktioniert das ja der haben noch nicht ganz der eine hat mich blockiert aber das bekommen wir auch hin jawoll der ist geschwächt zack auch tot so schnell geht das ganze ach du du läppst noch ok das wusste ich nicht aber komm doch her ja heil ich mich ah man jetzt komm her zack ach man ist Gott haltet komm her komm hier in die Mitte jetzt muss ich eh aufpassen zack da ist nämlich aha jetzt treffe ich auch noch daneben zack dann machen wir es halt von hinter jetzt bist du auch tot weil da wäre halt noch so ein Fass gewesen wo ich hätte explodieren lassen können aber in dem Fall halt doch nicht schön dich zu sehen du weißt wieso ich hier bin ja ich habe dafür gesorgt dass du mich findest der Kahn will dich treffen ich bin nicht zum reden hier du hast uns alle verraten retten wir unsere Heimat gemeinsam es muss nicht so enden doch muss es das fürst zack fürst zack wie ihr wart so lange weg ich wusste ihr habt Schwierigkeiten ich kam um zu helfen aber die Mongolen haben mich verdammt wir müssen uns befreien die werden uns umbringen Nur wenn wir sie lassen. Versucht loszukommen. Ich muss das nur lockern. Es klappt. Tucker, sei tapfer. Ihr müsst Lust haben. Ich bin Samurai. Ihr seid viel mehr als das. Ihr seid der Geist. Zieht euer Volk auf meine Seite und sie bekommen Frieden. Niemals dienen wir euch. Euer Onkel sagte das selbst, als ich ihn bat, den Krieg zu beenden. Er wollte nicht... Auch ich schätze Familie. Und weiß, wie es ist, in ihrem Schatten zu leben. Warum uns in Bescheidenheit üben, wenn wir Legenden sein sollten. Er ist eine Legende. Seht! Seht! Euer Volk wird euch folgen. Kommt zu mir und rettet sie. Ihr wollt teilen und beherrschen. So wie bei Ryoso. Nicht uns. Eure Legende. Schert sich nicht einmal um euch. Tötet ihn. Und ihr seid frei. Läuft. Halt! Sagt Yuna! Euer Freund für euch. Jetzt brauche ich einen neuen. Und ihr müsst erneut wählen. Ja! Ja! Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie da loskomme Ah, mit X, okay X, 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 X Ich muss da los Ich muss Bevor der nämlich wieder kommt Jawohl, wunderbar So, ich bin jetzt wieder befreit Jetzt ist da meine Ausrüstung drin Zack, jawohl, wunderbar So, jetzt habe ich wieder meine volle Ausrüstung Vorräte, Sprengpfeile, super Nehme ich alles mit So, dann sind hier nochmal Gegner Die mache ich jetzt gleich hier Du brennst schon mal da drin So Und dann Attacke Dann klauere ich das Zack Ah, guck, der ist nämlich jetzt Jetzt wollte ich die Wehr Das ist jetzt Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein Indem wir dem Kodex treu bleiben Und uns selbst Das Gift ist nur für jetzt Wenn die Mongolen fort sind Brauche ich keins mehr So Weil ich gedacht habe Wenn ich die mit Feuer Äh, mit Wurfmesser So hinbekomme Das wäre super Aber hier nehme ich jetzt mal ein paar Pfeile Du brennst Granate So Dann sind die nämlich schon mal geschwächt Dann ist das nämlich für mich auch einfacher So Zack Sollte natürlich auch treffen Natürlich gerade eben So Die sind tot Du blockst wieder Da kommen noch immer viel mehr Was ist jetzt schon wieder los Ach, Leute So Zack Zack Ah ja, noch einer Der mich auch tot Zack So Dann brauche ich nicht immer Die ganze Zeit gucken Dass man kämpft Sondern so mit dem Pfeil Ist das Einfache in Anführungszeichen So Entweder Ah, der blockt Der blockt mal wieder Viel zu arg Auch nicht Weil mit Pfeilen Ist das einfach am besten Ah Jetzt habe ich ein paar Treffen gelandet Aber auch nicht viel Weil mit Pfeilen Ist das einfach am besten Weil du da Auf jeden Fall triffst Außer sie haben ein Schild Dann natürlich nicht Aber du hast hier Das Problem nicht Aber das bekommen wir Auch in den Griff Das sind jetzt noch Vier Leute hier Bloß die blocken Alle die blocken Wie Die größten Geier Zack Und selbst bloß So ein Schlag So ein Treffer Bringt schon sehr viel Weil Er wird halt schon geschwächt Ah, jetzt war ich daneben Sonst wäre er nämlich schon tot Der ist jetzt tot So, jetzt habe ich noch zwei Ne, habe ich drei noch So Und deswegen bringe die Pfeile auch schon was Weil die werden ja trotzdem geschwächt Und da ziehst du viel mehr Als wenn du Als wenn du kämpfen tust Und so lange ist das In meinem Fall halt auch leer Deswegen muss ich ein wenig aufpassen Zwei Stück Zack Ah, der war daneben Ah, aber das kriegen wir hin Ich habe noch gutes Leben Wo ich noch abrufen kann Links unter Also von dem her Das bringt jetzt gar nichts So, jetzt habe ich ihn Zack, du bist tot Jetzt bloß noch einer Jetzt bloß noch du Zack Ah, der hat schon gute Treffer gewonnen Klar, heiler Der muss doch auch irgendwann mal einknicken So, dass er geschwächt ist Ja, nee Jetzt komm Lock nicht so arg Ja, schon wieder getroffen Jetzt hat er bloß noch Ein kleiner roter Balken Ah, nein Steh auf So Junge, du bist jetzt fällig Zack, jawohl So, du bist jetzt tot So Entkomme aus dem Innenhof So, dann gehen wir jetzt Zum Tor Vermut, dass da jetzt auch noch ein Gegner kommen, oder? Ich hoffe es natürlich nicht Ah, nee, Juna Juna Ich habe den Kahn mit Ryozo ausreiten sehen Wo ist er? Ich weiß, er ist hier Er hinterließ die Nachricht, er sei dir gefolgt Wo ist er? Nein 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 Juna, warte Taka Er hätte gar nicht hier sein sollen Warum hat er nicht gehört? Nein 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 Juna, warte Er wollte dich stolz machen Er wollte sein wie der Geist Hättest du ihn nur nicht mitgenommen? Ich wollte ihn aufhalten Aber er wollte helfen Aber er wollte helfen Ich habe ihn nur nicht mit ihm Ich habe ihn mit ihm geholfen lassen Ich habe ihn nicht mit ihm geholfen